In Daniel Kapitel 7 finden wir eine der spannendsten Prophezeiungen des Alten Testaments. Die Weltgeschichte, so wie wir sie in unseren Geschichtsbüchern wiederfinden, wurde lange zuvor vorhergesagt. In diesem und im nächsten Video wird diese außergewöhnliche Prophezeiung entschlüsselt. Willkommen zu der Serie Apokalypsis, die Endzeitagenda. In dieser Reihe studieren wir biblische Prophezeiungen, die uns dabei helfen, für die letzte Krise der Menschheitsgeschichte vorbereitet zu sein. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal und drückt auf die Glocke, um die Benachrichtigungen zu aktivieren. Da die Themen aufeinander aufbauen, ist es sinnvoll, alle Folgen der Reihe anzuschauen. In der Bibel gibt es zahlreiche Prophezeiungen, die sich in der Vergangenheit bereits erfüllt haben. Manche von ihnen sind jedoch direkt mit zukünftigen Ereignissen verbunden. Dadurch, dass wir die Erfüllung in der Vergangenheit nachprüfen können, gibt uns Gott die Gewissheit, dass sich die noch ausstehenden Vorhersagen ebenfalls erfüllen werden. Außerdem können wir, indem wir die historische Erfüllung der Prophetie nachvollziehen, besser verstehen, wie die endzeitlichen Prophezeiungen zu deuten sind. In Daniel Kapitel 7 finden wir ein kleines Horn, das in symbolischer Weise den Antichristen darstellt. Bereits im letzten Video haben wir den Antichristen aufgrund der Merkmale im zweiten Thessalonikerbrief identifiziert. Um die Prophezeiungen über das kleine Horn verstehen zu können, müssen wir jedoch zunächst einmal die vorherigen Teile dieser Vision studieren. Im nächsten Video wird es dann spezifisch um das kleine Horn gehen. Die apokalyptischen Prophezeiungen im Buch Daniel sind zusammenhängend und beginnen mit dem Traum von König Nebukadnezar in Kapitel 2. Dort findet sich die Grundlage für jede weitere Vorhersage, wobei wir in jedem weiteren Kapitel mehr Details erhalten. In diesem Traum sah der König ein Standbild, das aus vier Metallen bestand und den Ablauf der Weltgeschichte bis zur Wiederkunft Christi darstellte. An mehreren Stellen sieht man, dass es sich in den Vorhersagen in Kapitel 2 und 7 um dieselbe zeitliche Reihenfolge handelt und die Visionen parallel zueinander verlaufen. Beide beginnen zur Zeit des Propheten und enden beim Gericht und der Wiederkunft. Beim Standbild haben wir vier Metalle, in Kapitel 7 haben wir vier Tiere, die jeweils vier aufeinanderfolgende Weltreiche symbolisieren. Das vierte Reich wird durch das Eisen symbolisiert, das vierte Tier hat Zähne aus Eisen. Die Füße des Standbildes aus Eisen und Ton zeigen ein zerteiltes Königreich, wobei Elemente des vierten Reiches, das durch das Eisen dargestellt wird, bis zum Schluss enthalten bleiben. In Kapitel 7 sehen wir zehn Hörner aus dem vierten Tier aufsteigen und etwas später ein weiteres kleines Horn, was ebenfalls ein zerteiltes Reich darstellt. Beim Studium des Textes werden wir noch tiefer darauf eingehen. Im ersten Jahr des babylonischen Königs Belsatzer hatte der Prophet Daniel einen Traum. Dabei sah er vier Tiere, die aus dem stürmischen Meer aufstiegen. Laut Daniel 7, Vers 17 und 23 sollten diese Tiere vier aufeinanderfolgende Weltreiche symbolisieren, die auf der Erde sein würden. In Daniel 7, Vers 4 lesen wir, In Daniel 2 symbolisierte das Haupt aus Gold, dem edelsten der vier Metalle, das babylonische Weltreich. In Kapitel 7 wird Babylon als ein Löwe, dem König der Tiere, dargestellt. Laut Jeremia 50, Vers 17 werden sowohl die Könige von Asyrien als auch die von Babylon durch Löwen symbolisiert. Die Schnelligkeit, mit der das babylonische Heer seine Eroberungszüge durchführte, wird in Habakkuk 1, Vers 8 mit einem fliegenden Adler verglichen. Ein geflügelter Löwe ist tatsächlich ein passendes Symbol für das babylonische Weltreich, da mit diesem Bild sogar das berühmte Ishter-Tor verziert war, welches im Pergamon-Museum von Berlin zu sehen ist. Diese Prophezeiung beginnt also in der Zeit des Propheten Daniel, der sich in Babylon befand. In Daniel 7, Vers 5 lesen wir, Das Reich, das nach Babylon aufkam, wird in Daniel 5, Vers 28 und Daniel 8, Vers 20, als das Reich der Meder und der Perser identifiziert. Dieses wird in der Geschichtsschreibung auch als das Achämenidenreich bezeichnet. Der Bär hat drei Rippen in seinem Maul und bekommt die Anweisung, viel Fleisch zu fressen. Dies deutet auf viele Eroberungskriege hin, wobei die drei Rippen von anderen Tieren kommen müssen und auf drei Königreiche deuten, die von den Bären erobert wurden. Tatsächlich eroberten die Medo-Perser drei Großreiche, nämlich Lydien, Babylon und Ägypten. Historisch-kritische Ausleger behaupten, dass es sich bei diesem Tier lediglich um das Reich der Meder handeln würde, wobei das nächste Tier, der vierköpfige Panther, dann die Perser darstellen sollte. Sowohl die Bibel als auch die Geschichtsschreibung widerlegen diese Theorie eindeutig. Zum einen wird im Buch Daniel, wie wir bereits gesehen haben, das Reich der Meder und der Perser zusammen als ein Reich dargestellt, welches das babylonische Weltreich eroberte. Zum anderen sehen wir, dass die Vorherrschaft der Meder, 550 vor Christus, also elf Jahre vor dem Fall Babylons, durch Kyrus beendet wurde. Im neu begründeten Achemenidenreich waren sowohl Meder als auch Perser vereint, wobei die Perser das dominierende Volk waren. Diese unausgeglichene Machtstruktur der beiden Völker wird dadurch dargestellt, dass der Bär nur auf einer Seite aufgerichtet ist. Insofern ist es unmöglich, dass die Meder allein dieses Weltreich darstellen sollten. In Daniel 7, Vers 6 lesen wir, Der vierköpfige Panther symbolisiert das Reich, welches die Meder und die Perser ablösen sollte, also das griechisch-makedonische Weltreich. Dies wird neben der Geschichtsschreibung auch von Daniel 8, Vers 21 bestätigt. Angeführt von Alexander dem Großen triumphierten die Vereinigten Griechen über das Achemenidenreich und wurden somit zur nächsten Supermacht. Auch hier entspricht die Reihenfolge der Ereignisse demselben Muster wie beim Standbild in Daniel 2, bei dem das griechische Reich durch das Erz bzw. die Bronze dargestellt wurde. In dieser Vision erhalten wir jedoch mehr Details. Alexander hatte mit einer enormen Geschwindigkeit seine Eroberungen durchgeführt, sodass es nicht verwundert, dass dieses Reich mit vier Flügeln dargestellt wird. Laut Offenbarung 17, Verse 9 und 10 können Köpfe auf einem Tier Königreiche symbolisieren. Die vier Köpfe des Tieres entsprechen demnach den vier Nachfolgereichen, welche sich aus dem Alexanderreich bildeten. Nachdem Alexander gestorben war, kämpften seine Generäle um das Reich, wobei letztendlich vier große Reiche daraus entstanden, die als die vier Diadochenreiche in der Geschichte bekannt sind. In Daniel Kapitel 8 werden diese vier Reiche symbolisch als Hörner dargestellt, die sich das Reich Alexanders aufteilen würden. In Daniel 7, Vers 7 lesen wir, Für das nächste Tier findet Daniel keinen Vergleich. Es ist ihm scheinbar unbekannt. Er kann es lediglich beschreiben, wobei er ausdrücklich betont, wie furchterregend es ist. Wir finden hier jedoch klare Parallelen zu dem vierten Königreich aus Daniel Kapitel 2. Nicht nur, dass es das vierte in der Reihenfolge ist und nach Griechenland aufkommt, sondern es bestehen starke Ähnlichkeiten in der Beschreibung. Eisen war das Metall, durch das die Stärke des vierten Königreiches dargestellt wurde und die Zähne dieses furchterregenden Tieres sind ebenfalls aus Eisen. Beim Standbild sollte das vierte Königreich so stark sein wie Eisen und alles zermalmen, zertrümmern und zerschmettern. Das vierte Tier wird ebenfalls als außerordentlich stark beschrieben und soll mit seinen eisernen Zähnen alles fressen, zermalmen und das Übrige zertreten. Es ist ziemlich deutlich, dass es sich hier um dasselbe Weltreich handelt. Das nächste Großreich, das auf die Griechen folgte, war das römische Imperium. Die Beschreibung in Daniel 2 und 7 passt haargenau auf die militärische Stärke und Größe des römischen Reiches. Rom war in seiner militärischen Kriegsführung einzigartig und allen anderen Völkern weit überlegen. Die berühmten Legionen Roms waren gefürchtet und zermalmten im wahrsten Sinne des Wortes ihre Gegner. Manche mögen fragen, warum die drei vorherigen Weltreiche im Buch Daniel namentlich erwähnt werden, während dies bei Rom nicht der Fall ist. Obwohl Gott seinen Propheten sogar Namen von Königen offenbaren kann, wie im Falle von Kyros, dessen Name etwa 150 Jahre vor seinem Auftreten im Buch Jesaja vorhergesagt wurde, hat er sich entschlossen, dies bei Daniel nicht zu tun. Er benutzte das Wissen, welches Daniel damals zur Verfügung stand. So sehen wir, dass weder die vier Diodochenreiche noch die zehn Hörner des vierten Tieres noch das kleine Horn, das danach hervorkommt, mit Namen benannt sind. All diese Reiche waren entweder noch nicht entstanden oder waren Daniel unbekannt. Rom war zu dieser Zeit ein kleiner, unbedeutender Stadtstaat, der von den Etruskern beherrscht wurde und weit im Westen gelegen war. Es gibt keinen historischen Hinweis darauf, dass Babylon zu dieser Zeit irgendetwas von Rom gewusst hätte. Dennoch sehen wir, anhand der Merkmale und der Erfüllung in der Geschichte, dass es sich hierbei nur um das römische Reich handeln kann. In Daniel 7, Vers 24 lesen wir, In Daniel 2 haben wir bereits gesehen, dass nach dem Eisen, welches das römische Reich darstellte, ein geteiltes oder gespaltenes Reich entstehen würde. Dabei würde jedoch das Eisen in den Füßen erhalten bleiben, jedoch mit Ton gemischt. So sehen wir in Daniel 7, dass das vierte Tier nicht von einer weiteren Weltmacht abgelöst werden sollte, sondern dass darauf zehn Hörner, also zehn Königreiche, entstehen sollten. Das römische Reich wurde tatsächlich von keinem weiteren Weltreich abgelöst, sondern es zerfiel in mehrere Teile. Nachdem das weströmische Reich fiel, waren es im Wesentlichen zehn germanische Stämme, die sich das Reich aufteilten. Sieben dieser zehn Stämme wurden zu einem wesentlichen Bestandteil der europäischen Länder, wie wir sie heute noch kennen. Die drei weiteren, die Heruler, die Vandalen und die Ostgurten, sind aus der Geschichte praktisch verschwunden. Diese historische Tatsache wird noch interessant werden, wenn wir uns im nächsten Video mit dem kleinen Horn beschäftigen werden. Ein gespaltenes und geteiltes römisches Reich ist also der politische Zustand, unter dem das kleine Horn auftreten sollte. Bis hierher sehen wir, wie sich die Prophezeiung in Daniel 7 exakt erfüllt hat. Die Reihenfolge der Reiche mit Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom und einer Aufspaltung Roms wird von allen Geschichtsbüchern bestätigt. Gott kennt und lenkt die Zukunft, was unser Vertrauen in ihn und sein Wort stärken sollte. Wenn er die Weltgeschichte in der Hand hat, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass er auch unser Leben sicher lenken kann. Die Prophetie warnt uns allerdings auch vor einer antichristlichen Macht, die nach dem Auftreten der Zehn Hörner in Erscheinung treten würde. Diese Macht werden wir anhand der Kennzeichen in Daniel 7 identifizieren und ihre Agenda enthüllen. Bis dahin empfehle ich das Video vom letzten Mal über die Identität des Antichristen, sowie die Prophezeiung aus Daniel 2 anzuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, bei unserer Serie Apokalypsis – Die Endzeit-Agenda.